so guten morgen eine seelenschleife so der braucht noch ein bisschen das ich verkaufe jetzt einfach mal alles ich weiß nicht mehr genau wie viel ich hingesetzt habe nein jetzt hat das schon wieder weggenommen der jockel heute doch eigentlich gucken gibt es denn noch irgendwas 15 meteoriten keine ahnung ich hier hernehmen soll im fisch kakuma block und habe ich alles noch nicht auf 15 nicht doch am arsch da haben wir die ganz normalen briggs schwarze perlen onion und papaya papaya er hatte hat aber nur dieses eine das waren keine doppelten weil es kommt jeden tag hat tatsächlich nur ein einziger händler und wenn ich da drei verschiedene sachen erfülle habe ich das problem dass ich die komplett umsonst erfüllt habe da habe ich auch nur ein gem fisch von denen ich brauche sieht schlecht aus heute ja da habe ich auch nicht genug aber da habe ich auch wenn ich das nicht gerne mache weil ich diese tree selbst 100 pro auch wieder für anderes zeug brauche so wie es immer ist einfach aber mein gott ne ich muss ja irgendwie mal vorankommen ja happy farmers day auch wenn mir das happy farmers day eigentlich gar nichts bringt so was magst du eine witzberry aber die habe ich noch nicht angepflanzt und kack scharf noch eine ja leck mich doch ja toll das ist echt so eine scheiß angewohnheit von euch ja immer genau diese kacke zu wollen die ich gerade nicht angebaut habe danke was soll man hier muss sowieso mal wieder ernten müsste hier sowieso mal so ein bisschen umbauen ich habe das im privaten safe habe ich da nämlich auch umgebaut und habe herausgefunden wenn man alle pflanzen also alle plus pflanzen dass man mehr anbauen kann fertig hat dass man von jeder sorte genau drei stück anbauen kann das habe ich herausgefunden da wäre es eigentlich eine idee wenn ich das mal so upgraden würde wie im privaten spielstand muss dann nur erstmal schauen wie viele plätze ich habe auch da noch welche fehlen ich glaube es waren 36 immer da fehlen definitiv noch welche kann ich denn da fehlen noch 55 und 60 also die maximallevel wo man dann alles anbauen kann ist tatsächlich 60 mehr gibt es offensichtlich nicht das habe ich auch herausgefunden muss mal gucken na aus dem weg ich bin doch blöd brauche ich doch gar nicht kann doch einfach so gucken wer brauchte ach pinke lollipops und bluetooth pinke lollipop habe ich dann da welche oh ja guck mal da habe ich sogar zwei die setze ich mal hin und die bluetooth ist ja die sind ja noch nicht da brauche ich ja rot nee da brauche ich ja zweimal weiß die tut sie es ja ja da brauche ich ja hier deswegen sind die ja hier angebaut jetzt mal hier nur tröpfchen holen lalala 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 was haben wir heute und ich kenne ich aber auch nicht da irgendeine königin oh ja genau das tricep müssen wir auch wieder sammeln das kriegt man nämlich relativ selten und ich befürchte dass ich die für irgendwas für irgendwas hochrangiges nämlich brauchen werde verstehst du ja für diese spezialaufträge und diese ultimativen upgrades und das ganze da bin ich mir fast sicher dass ich die dafür auch noch brauchen werde die brauchen wir ja noch zum verkaufen ja toll bist du denn ich glaube unten den lilanen habe ich tatsächlich auch noch gebraucht da dachte ich mir aber hier kriegst du mehr ep nimmst du lieber dat ja gemfisch die pomme nämlich gleich auch noch für so ein verkäufer kommt schon gibt mir noch ein sehr schön vielen dank das hat sehr geholfen und da war dass das für heute auch schon ja kann ich das jetzt ist das jetzt ein blümchen was bist du eigentlich ach so das ist das totum dass diese dies diese allen allen trees wachsen lässt ja stimmt ich erinnere mich oh by the way ich muss ja auch noch in der stadt angeln selber zumindest so viel wie meine energie noch hergibt weil wir müssen da ja diesen einen fisch noch rausziehen und im laden müssen wir heute auch noch gucken was es dazu verkauft gibt ich glaube das haben wir auch noch nicht gemacht ich glaube da hatte ich auch noch nicht geguckt ich glaube wir haben heute auch nicht gekocht ne ich vorst doch ich glaube die nehme ich mit weil wir kommen glaube ich erst im herbst wieder an diese dinger dran ja natürlich mache ich das wieder so zack und zack und da weiß ich dann morgen bescheid so so gute nacht war schön mit euch oha alter aber das fishing ist fast auf 60 ja sehr gut das gathering oder das gathering braucht noch tatsächlich das braucht noch eine weile ein paar karötchen ich freue mich ich freue mich im keks so hi das was sammens bell beschwörungs zauber so dann haben wir die gem fisches das waren war noch glaube ich die wo gefehlt haben warte ich guck nochmal nach zur sicherheit ja das sind die mystical die auch noch fehlen oh ein ahorn und ein goldener frosch na wo war der da ja war der richtige sehr gut da haben wir auch wieder neu meine nase juckt Hahahaha, Entschuldigung. So, was haben wir denn heute für Blümchen? Ja, der selber schmarrn. Ah, jetzt habe ich das da oben nicht. so langsam wurde mir der magen was soll man heute da was kostet das auch nehmen wir mit einmal ditte ja genau nach dem essen gucken geld was war das doch tomate und peach so da war ein krisen und ein fisch den ich nicht habe gut dann halt nicht habe ich da rezepte gut schreibe ich das auf und ich weiß leider nicht mehr ich weiß leider nicht wie das ding heißt grüner fisch drücken flosse alles da kann ich leider nicht machen ich weiß leider nicht wie der fisch heißt weil der ist es nicht da hat ja vorne noch so eine schnauze und warte oder ist das ein blauer oder ist das der kann auch sein der hat nämlich so okay da war das nicht ein grüner dann war das sind blauer ist auch gut so haben wir hier irgendwas wo das viel alter ist das teuer das gericht ein bisschen was verkaufen oder ein bisschen was machen und bisschen geld gibt zwei steine oh geil super dankeschön so hier haben wir alles hier ist nix da ist auch nix gut dann können wir unsere täglichen geflogenheiten abarbeiten schnucki kommst du mit komm mit misch so was willst du eine turnips das ist ein wenig ein pinkes schaf haben wir jetzt noch nur ein radisch ein turnips diesmal sind aber viele am level cool guck mal und das schwein ist jetzt orangefarben eine duriot da kann ich dir leider nicht mit die da habe ich nicht viel da habe ich nur eine die muss ich erst anbauen sobald ich sie angebaut habe und regelmäßig ernten kann dann kriegst du das was du möchtest aber vorher nicht sonst brauche ich wieder ewig bis ich eine finde und zwar habe ich kein bock drauf ist im grunde eigentlich wurscht normalerweise müsste ich das gar nicht ändern weil die ganzen viecher haben wir ja schon aber wir können uns aktuell so ein bisschen leisten von daher sei es uns gegönnt dass wir uns da mal ein bisschen aussuchen können was wir denn davon nehmen warum muss das da unten so arsch teuer sein das ist voll blöd das ist mega unnötig oh ein see sterben ich weiß gar nicht mehr warum ich hier überhaupt angel weil ich irgendeinen fisch wahrscheinlich gebraucht habe so gibt der tier was außer ein bisschen xp aber die brauchen wir halt auch noch wenigstens bis level 60 dass wir unten das andere das letzte freischalten ja jetzt können wir wieder ein paar bäumchen hacken ein paar jolt bäumchen zumindest noch so viel es möglich ist aber da haben wir wieder einen großen baum ja vielen dank ich bin nur auf der durchreise mein freund beachte mich gar nicht warum wollen die mich immer alle aus ihren wäldern raus haben ich bin doch ganz brav ich brezel doch einfach nur die ganzen bäume um wo ist denn das problem ich brauche nun mal die bäumchen kann auch nichts für ein blatt oder fällt mal was ein ich glaube ich muss auch noch ach ja der typ der einfach mega unnötig ist oh danke für das regalium schön dass jetzt hier alles blockiert ignoriere mich doch einfach was ist denn dein problem 500 millionen bäume auf einer stelle so fertig so fertig vielen dank für das holz es wächst und gedeiht hier alles dort ins museum idea laura laura du musst nicht so rum schreien ich du musst du musst dir nicht die lunge nach mir aus dem leib schreien so ungefähr ganz cool ganz cool atme tief ein sei normal ich habe eine andere großartige idee für für runzelhausen ganz speziell für das museum oh hast du ein neues seltenes item gefunden nö 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 nichts in dieser richtung das museum könnte einen raum gebrauchen mit doltons inventions anstrengungen investitionen ich war im moment in inventions erfindungen genau erfindungen mit doltons erfindungen weißt du weißt du so ein raum wo ich alles zeigen kann was ich bisher gemacht habe oh ähm ich glaube nicht dass wir äh ist das ein ja ich wusste dass du meine idee liebst ich kann es genau vor mir sehen die leute kommen von überall aus solomon her um das zu sehen dortens großartige erfindungen da gut gut dass wir gesprochen haben du bist auf jeden fall in den top 7 der coolsten leute die ich kenne und dann und dann will man mir weismachen dass dort ein erwachsener mann ist den man heiraten kann ernsthaft ich sage da der kommt mir von anfang an eher so wie so wie so ein kleines kindergarten kind einfach nur so richtig so richtig unangenehm kindisch kann ich gar nichts mit anfangen tatsächlich nein ich habe schon gelabert ne 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 so was möchtest du Schon wieder ne vizberry willst du verarschen hört mal auf mit euren scheiß beachberries äh eine jobmelan ähm äh äh goosefood Einer Jobmelon vor allem, ja. Eine Yellowmelon. Ah, ich glaube, da habe ich gestern eine angebaut. Ich glaube, die hatte ich gestern angebaut. Das geht jetzt leider nicht. Eine Babayara. Eine Duriot. Schon wieder. Ein Moon. Den kann ich haben. Der Rest muss leider warten. So, einmal meine Belohnung abholen. Ach, warte mal. Hier kann ich ja, glaube ich, auch. Ich möchte aber nicht mit euch losziehen. Oh, Tyros der Berserker. Inferno Spell. So, was brauchen wir denn jetzt? Die, 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 die. Oh, Goblinok. Ich hasse es, ey. Ich habe von allem einfach zu wenig. Ahorn und goldene Frosch. Habe ich zumindest das. Ein Ahorn und ein, na, goldene Frosch. Ich finde das übrigens ganz geil, dass man da alle verkauft, anstatt nur eins. Aber warte mal, ich kann das ja, glaube ich, umstellen. Weil diese goldenen Dinger sind einfach arschselten. Und ich habe keinen Bock, da einfach alles zu verkaufen von. Genauso wie diese Ahörner auch. So, und dann kann ich das ja wieder umstellen. Und dann ist gut. Weil diese, gerade diese goldenen Frösche, die sind nämlich arschselten. Ich habe keinen Bock, die zu verkaufen. Bitte was? Die hat jetzt dabei gegossen. Okay. Lass ich mal so stehen. So, du müsstest eigentlich ein Pinke sein. Ja, sehr schön. Aber ich lasse dich trotzdem mal stehen. Was haben wir hier? Eine Yellow Fluff. Ja, endlich. Dankeschön. Hier haben wir eine Purple Wicked. Sehr gut. Danke. Danke. Das wurde auch echt Zeit. Oh, ich kann hier schon wieder ernten. Nee, 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 nee. Ja, klar. Anstatt, dass er in die richtige Richtung guckt und die Sachen pflückt. Nee, da wird erst mal das Unkraut rausgerissen. Macht Sinn. Nee, 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 nee. So, was haben wir denn hier? ein kaiser ich weiß gar nicht haben wir denn schon ich habe leider nicht mehr im kopf tut mir leid wenn ich irgendwie in den in der letzten aufnahme oder so schon mal nach solchen piechern geguckt habe aber ich kann mir schließlich auch nie alles mehr der kaiser doch da oben hinten in der ecke so erst mal das nächste blümchen hinsetzen wo man das nicht kaufen Oh, heute ist schon Mittwoch. Ich habe gestern hier gar nicht geguckt. Ach komm, nehmen wir mit. So, unsere tägliche Runde, wie immer. Oh, die goldenen brauchen wir auch. Ja, super, bitte mehr. Ja, zwei. Juhu, zwei Stück haben wir gekriegt. Sehr gut. Da rücken wir schon etwas näher. So, was ist uninteressant? Oh, vielleicht haben wir ja Glück. Ich bezweifle zwar, aber... Oh, vielen Dank. Geil. Dankeschön, Dankeschön. Und ein Paddle. Da können wir bald das eine Ding kaufen. Oh, der golden Tuner. Genau, das ist der, der noch gefehlt hat. Das ist den, den wir noch fangen wollten hier. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Und können den gleich abgeben. Und noch einen. Danke. Da gehen wir wieder XP sammeln. Lalalalalala. Immer diese Esse überall. So, den Thunfisch kann man gleich abgeben. Sehr gut. Oh, guten Tag. Ich habe euch gar nicht gesehen. So, haben wir denn hier? Ja. Hatten wir schon. Oh, nach dem Essen müssen wir noch gucken. So, was haben wir heute? Zwei Aubergine. Ja. So, einmal wieder kochen. Hey, ich finde das super, dass wir da kaum von dem Zeug haben. So, zack, bumm. So, was fehlt noch? Eigentlich ja nicht viel. Ach ja. Ein bisschen labern. Hatten wir noch mal. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Tö, 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 tö... Oh, so langsam kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen, ha? Oh, habe ich mit dir schon gequatscht? Auch noch nicht. Ja, sowas. Ach, dich hatte ich schon. Oh, aber dich bestimmt noch nicht. Äh, drei. Na. Der war, glaube ich, vier. Machen wir Platz da. Einmal vier. Bitteschön. Und der andere hätte gerne noch mal drei. Ach, da unten. Oh, oh. Heute sind sie, heute sind sie großzügig gewesen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, tschüss. Werd glücklich damit. So, ich hoffe, ich habe alles. Warte mal, das ist ja gar nicht mein Haus. Meins ist ja hier oben. So, jetzt aber. So, Jutz Nächtle, ne? Oh, Fishing Level 60. Juhu. Yay. Wir können endlich in den letzten Abschnitt zum Angeln. Juhu. Aber erst in der nächsten Folge, ne? Tschüss.